Wie gesagt, Fotoorganisation von der Speicherkarte bis zum Ordner auf der Festplatte. Jetzt sehe ich gerade, dass ich eine Folie vergessen habe. Und zwar hätte ich mich gerne noch vorgestellt. Das wollte ich aber heute wohl nicht zulassen. Dennoch sei es mir erlaubt, mein Name ist Jörg Knörchen. Ich bin in einem großen Reiseunternehmen tätig als IT-Mitarbeiter im Bereich SharePoint und nebenher selbstständig in der Fotografie als Fototrainer. Das seit 2013. Ich bin glücklich verheiratet, bin Mitglied in der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft im Eifel-Verein zertifizierter Wanderführer, biete, wie gesagt, als Jörg Knörchen Sensorgrafie Workshops und Schulungen an im Bereich Fotografie und alles, was dort mit hineinspielt. Aber das soll es dann auch von meiner Person gewesen sein. Gerne später noch Fragen stellen, falls da welche sein sollten. Das ist also ein offenes Angebot. Am Ende gibt es noch ein kleines Dankeschön für die, die durchgehalten haben oder die wollen. Und ja, dann würde ich einfach loslegen. Also wir fotografieren alle mehr oder weniger und wir haben dann das tolle Vergnügen, dass wir die Bilder auf unserer Speicherkarte haben. Wenn Sie denn auf der Speicherkarte sind, dann liegen Sie mehr oder minder standardmäßig in Ordnung und mit Dateinamen versehen von der Kamera dort hingelegt. Und in der Kamera haben wir nur ganz wenig Möglichkeiten. Ich muss ab und zu mal in den Wartebereich und Gäste noch zulassen. Und wie gesagt, wir haben nur wenig Möglichkeiten im Grunde genommen, hier Einfluss zu nehmen. Und die Einflussnahme beschränkt sich auf gerade mal zwei, drei Punkte. Zum Ersten, wenn die Kamera die Bilder auf die Speicherkarte rauflegt, dann tut sie das fortlaufend. Das heißt, wenn wir eine andere Speicherkarte, wenn wir eine Speicherkarte einlegen oder die Kamera meint, sie müsste einen neuen Ordner anlegen, dann geht die nächste Dateinummer über auf die nächste Karte, auf den nächsten Ordner. Und warum das da jetzt immer wieder kommt. Okay, weg damit. Das heißt, sie geht halt, wie gesagt, hier auf den nächsten Ordner und die nächste folgende Nummer wird halt angezeigt. Dann haben wir die Möglichkeit des Autoresets. Das heißt, wenn wir die Karte wechseln, dann ist es so, dass die Kamera dann wieder bei der Dateinummer 1 anfängt und halt dann fortschreibt. Ist meines Erachtens nicht sehr glücklich, weil das halt die Möglichkeit erhöht, dass wir noch mehr Dubletten in den Pfeilnamen erhalten. Also ich würde die Standardeinstellung fortlaufend in diesem Bereich halt durchlaufen lassen. So ist es halt auch beim neuen Ordner. Wenn ein neuer Ordner von der Kamera erstellt wird, dann fängt die Kamera bei Autoreset wieder von vorne an. Wie gesagt, es ist nicht der Standard, sondern Standard ist einfach, dass die Dateinummerierung durchgehend durchläuft. Auch Standard ist es, dass die Kamera, wenn sie Ordner erstellt, und das tut sie auch nach Einstellung entweder täglich, beziehungsweise nicht pro Tag, sondern das tut sie täglich. Oder aber, wenn die Dateinummer halt die 10.000 erreicht und sie wieder bei den Tausenden anfängt. Okay, wie die Kamera die Ordner vergibt, das ist also einfach nur eine Zahl vorne und dann ein festes Kürzel, und zwar das der Kamera. Und es gibt natürlich kleine Abweichungen, je nach Modell, beziehungsweise nach Marke. Und per Computer hätten wir die Möglichkeit, halt diesen Kamerakürzel hinten benutzerdefiniert zu verändern. Wobei, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, zum Beispiel hier beim Beispiel 100 DE AAH, wir könnten jetzt nicht 101 DE AAH machen. Doch, das geht, Entschuldigung, umgekehrt. Es ist so, 100 DE AAH geht, aber es würde jetzt nicht gehen, dass wir vorne die Zahl verändern. Deshalb sind auch die Buchstaben hier hinten fett gedruckt. Wir können natürlich auch hier Zahlen und Buchstaben kombinieren hinten, aber die 100, 101, 102, diese fortlaufende Nummer können wir leider nicht verändern. Dann kommen wir zu den Dateinamen, die wir in der Kamera vergeben können, beziehungsweise der Standard erstmal wieder ist hier bei Canon img-fortlaufende Nummer.jpg oder halt unterstrich mg- und dann fortlaufende Nummer.ch2 für das Format des RAWs. Und wenn wir in die Verlegenheit geraten, jpg und RAW zusammen aufzunehmen, dann ist der Dateiname identisch, fängt unterstrich mg-fortlaufende Nummer an und dann jpg und RAW. Wenn wir benutzerdefiniert hier etwas tun möchten, dann geht das wieder nur im Bereich der Buchstaben vorne. Und wir können keinen Unterstrich am Anfang benutzen, weil das halt der Kamera vorenthalten ist, wenn wir in das RAW-Format umschalten wollen, weil dort fangen die Dateinamen immer mit einem Unterstrich an, es sei denn, wie gesagt, wir nehmen Dateipaare auf jpg und RAW. Gut, jetzt liegen auf der Speicherkarte unsere Fotos und wohin speichern wir diese Fotos? Zum einen oder das meiste wird halt die interne Festplatte abbekommen, wobei diese sich natürlich schnell füllt. Wir sollten einen Hauptordner dort finden oder haben oder aber auch einen Benutzerordner und dort dann einen Hauptordner, wo Fotos eigene Bilder mit Unterordner leben können. Wir sollten eventuell darüber nachdenken, unsere interne Festplatte zu entlasten und externe Festplatten zu nutzen oder eine Festplatte zumindest. Und wir können natürlich auch einen Netzwerkspeicher benutzen. Das sind halt gespiegelte Festplatten oder Festplatten, die im Verbund laufen und uns einen größeren Speicherbereich zur Verfügung stellen und eine höhere Ausfallsicherheit bieten, als es die externen Festplatten tun. Oder aber wir können natürlich unsere Bilder auch in der Cloud speichern. Das können wir natürlich nur dann, wenn wir eine Online-Verbindung haben. Ich persönlich bevorzuge es, die Bilder auf dem Netzwerkspeicher zu legen. Ich habe halt mir einen File-Server zugelegt. Auf Reisen sind das externe Festplatten, also mindestens zwei plus halt von meinem mobilen Rechner die interne Festplatte, sodass ich dann auf Reisen zumindest dreimal meine Fotos habe. Die Dateiablage am Computer. Zunächst einmal, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt halt nur den Weg im Grunde genommen, so wie wir ihn ablegen. Oder wie wir halt unsere Dateien ablegen. Jeder kann halt für sich entscheiden, was nun richtig ist. Dabei sollte man überlegen oder sicherstellen, dass jedes Foto nur einmal irgendwo lebt, also keine Duplikate da sind. Warum? Weil wir bei einer Verschlagwortung oder sonstigen Bearbeitungen und Nachhalten der Datenpflege immer mehrere Ordner berücksichtigen müssten. Die einzige Ausnahme ist halt letztendlich das Backup. Aber dazu kommen wir noch gleich. Wir sollten uns einmalig ein Konzept überlegen und dieses konsequent umsetzen. Also ein Konzept überlegen. Damit meine ich jetzt halt, wie lege ich die Daten ab? In welchen Ordnern? Mit welchen Dateinamen eventuell? Und hier ist es so, dass wir erstmal natürlich, wenn wir dann unser Konzept haben, Fotos importieren und eventuell diese Fotos umbenennen. Damit wir nicht in die Verlegenheit geraten, irgendwann mal Dubletten wieder zu haben. Denn irgendwann mal, je nachdem, wenn man viel fotografiert, dann springt die Kamera halt wieder zurück. Oder hätte man dieses Auto-Reset bei Kartenwechsel, dann hätte man am nächsten Tag wieder gleich lautende Dateinamen. Obwohl die natürlich ein anderes Dateidatum haben. Aber man kommt leicht in die Bredouille, dass man halt Dateien überschreiben kann. Und das wollen wir halt nicht machen. Jetzt habe ich hier aufgeschrieben, gegebenenfalls RAW-Datei ändern, Stichwort DNG. Das ist jetzt nur ein Thema, das ich mal anstreife, weil da gibt es auch richtige Glaubenskriege. RAW-Dateiformat ändern meint, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Sony ARB das Dateiformat. Wir haben bei Canon das CR, CRB oder bei Nikon NEF-Format. Und man könnte jetzt davon ausgeben, weil diese Dateien spezifisch sind vom Kamerahersteller. Wenn dieser Hersteller einmal nicht mehr existiert und man hat jede Menge Daten dieses RAW-Formats, dann könnte es durchaus passieren, dass man irgendwann mal nicht mehr diese Dateien lesen kann. Mag sein, dass das in ferner Zukunft liegt, aber Adobe bietet hier an, diese RAW-Dateien in ein Digital Negative Format zu ändern. Und das ist ein globales RAW-Format auch, das wiederum einfach nichts anderes ist als eine Schutzhülle um das eigentliche RAW herum. Und alle Informationen bleiben erhalten, aber sie sind halt universal lesbar von mehreren Formaten und auch von den Betriebssystemen. Betriebssystemen, während zum Beispiel eine ganz neue Kamera mit einem neuen RAW-Format von den Betriebssystemen erst mal nicht unterstützt wird. Und man darauf warten muss, bis die Treiber zur Verfügung stehen. Also nur so als Gedanke. Wenn wir Bilder importieren, könnte es zum Beispiel sein, dass wir in einer anderen Zone diese Bilder vorgenommen haben, als das, was wir normalerweise zu Hause konfiguriert haben. Und da könnte es sein, dass wir eine Zeitzonenanpassung nochmal durchführen wollen oder müssen. Wenn es darum zum Beispiel geht, dass wir Bilder nochmal händisch mit Geokoordinaten versehen möchten. Und das ist aber auch dann der nächste Punkt, wo ich sage, beim Import oder nach dem Import, wenn ich eine Datei, bevor sie denn richtig irgendwo am Computer landet, geogetaggt wird. Und durch diese Zeitzonenanpassung, durch das Geotagging, da ändert sich das Dateidatum. Wenn ich danach sortieren möchte, bekomme ich falsche Daten. Und deshalb müsste ich die dann korrigieren. Aber nachher nochmal kurz mehr, wenn ich meinen Workflow vorstelle. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass Ordner auf dem Computer nichts anderes als Ablageorte sind. Das heißt, dort kommen halt Dateien rein und gut ist. Ordner sind keine Ordnungswerkzeuge. Denn habe ich einmal eine Ordnerstruktur mir überlegt, dann kann ich halt ordnen sich zwar die Ordner, aber ich kann nicht darin die Bilder nochmal irgendwie ordnen oder zuweisen, wenn ich sage, eine Datei oder ein Bild sollte eigentlich nur in einem Ordner vorkommen. Und das nur einmal. Deshalb nochmal, Dubletten vermeiden, nicht nur wegen dem Speicherplatz, sondern wenn ich eine Verschlagwortung mache und ich verschlagworte ein Bild, dann müsste ich ja an dieses gleiche Bild gleichwertig verschlagworten, das dann irgendwo anders noch einmal liegt. Der Aufwand ist einfach auch viel zu groß. Aber wichtig deshalb ist das Backup. Und wenn ich eine Bearbeitung von einem Bild mache, dann überschreibe ich nicht das Bild selbst, sondern ich sollte hingehen und eine Versionsnummer vergeben. Und dieses ärgerliche Fenster kommt immer dann, wenn ich jemanden im Wartebereich zulasse. Das heißt, wenn ich eine Bearbeitung von einem Bild mache, überschreibe ich nicht das Original, sondern erstelle eine Kopie der Datei. Aber die ist ja komplett anders, weil sie bearbeitet ist. Und deshalb ist sie unterschiedlich von der richtigen ursprünglichen Datei und bekommt deshalb eine Dateinummer. Wie sieht denn jetzt so eine Ordnerstruktur bestenfalls aus auf meiner Festplatte, auf meiner SSD, auf dem NAS? Und wir schauen uns das jetzt erst mal so an, dass wir auch ohne einen Damm, das ist ein Digital Assess Management, und Bilder zumindest teilweise wiederfinden oder wiedererkennen können. Zum Digital Assess Management komme ich gleich dann noch. Wir sollten uns eine Ordnerstruktur überlegen, die skalierbar ist. Das heißt, sie muss wachsen können, ohne dass wir irgendwann mal wieder hingehen müssen, alte Ordner anzupacken, diese umzubenennen, oder anfangen müssen, Ordner hin und her zu schieben. Das ist ungut für das Daten-Backup, weil wir dann irgendeinmal Lücken haben oder wieder Dateien doppelt, doppelt im Backup wiederfinden. Einmal am alten Speicherort, einmal im neuen Speicherort. Deshalb sollte das nicht so sein, dass wir nochmal Veränderungen machen müssen. Was skalierbar heißt in diesem Fall, ist, dass wir etwas Neues hinzutun und wir das aber dann auch erkennen und wissen, wo das Neue liegt. Das heißt halt hier in diesem Falle skalierbar. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt den Chat hier anhabe. Da gucke ich dann halt ab und zu mal rein. Gut, weiter geht's. Nur dann noch keine Fragen. Dann sollten wir darauf achten, dass wir nur Standardzeichen in unserem Ordnernamen nehmen. Und ich habe hier aufgeschrieben, großes A bis kleines Z. Und da gehören jetzt keine sonstigen Sonderzeichen dazu. Auch nicht die deutschen Umlaute. Also Ö, Ä, Ü, etc., S, Z, all das bitte verbannen. Dann sollten wir uns bei den Sonderzeichen auf Bindestriche und Unterstriche vereinigen. Und wir sollten keine Leerzeichen benutzen. Es gab schon mal eine ganz, ganz große Umstellung. Ja, ich bin jetzt bald 53 Ende des Jahres. Ich habe das halt auch miterlebt. Es gab damals unter Windows die Dateibeschränkung, acht Buchstaben oder Zahlen, einen Punkt und dann die drei Stellen für eine Dateierweiterung. Größer durften Dateinamen nicht sein. Wir haben diese Hürde zum Glück nicht mehr, aber Sonderzeichen sind zum Beispiel auf Mac und Linux-Systemen möglich, aber auch Windows leider nicht. Das heißt, wenn wir auch irgendwann mal in die Lage kommen, dass wir irgendwie Systemwechsel machen, wäre das halt fatal, wenn wir hier Sonderzeichen nutzen würden, die wir dort dann nicht mehr sehen oder gebrauchen können. Das heißt also, plattformübergreifend sollte unsere Organisationsstruktur der Ordner funktionieren. Genauso ist es halt nicht nur Betriebssystemwechsel. Auch Mac, Linux, Windows, Groß-Kleinschreibung spielt halt bei dem einen oder anderen Betriebssystem auch eine Rolle. Da ist halt der gleiche Dateiname beziehungsweise der gleiche Ordnername möglich, aber ist ein unterschiedlicher Ordner und ist eine unterschiedliche Datei, nicht bei allen Systemen. Deshalb sollten wir hier drauf achten. Dann ist eine skalierbare Ordnerstruktur noch in dem Vorteil, dass wir eine einfache Datensicherung durchführen können, denn wir wissen praktisch schon immer, was ist gesichert, was muss noch gesichert werden. Es sei denn, man macht Bearbeitungen, aber da weiß man ja, ich habe Bearbeitungen gemacht in dem und dem Ordner. Deshalb muss ich dort dann nochmal die Datensicherung durchführen. Wie gesagt, im Moment die Ordnerstruktur, Festplatte, SSD etc., wenn wir kein Verwaltungsprogramm mehr für diese Fotos nutzen wollen, sondern einfach nur mit Bordmitteln arbeiten oder mit leichten Hilfen, die ich gleich nochmal nenne. Wir sollten alle Fotos an einem Ort liegen haben können, sprich eindeutige Namen, aber wir wollen natürlich eine Ordnerstruktur aufbauen und wir sollten nicht direkt Daten auf die Festplatte draufsetzen, ohne vorher einen Ordner, einen Hauptordner zumindest genutzt zu haben, weil gerade der erste Ordner kann schon in einem Datensicherungsverfahren angewählt werden mit allen Unterordnern, während man, wenn man nicht die ganze Festplatte gleich mit der Datensicherung erschlagen will, dann Probleme hat, weil man dann alle Bilder einzeln anwählen muss oder alle Bilder plus oder minus Ordner, die dort leben können. Also einen eindeutigen Ordner oberhalb anlegen, der mir das Leben nachher erleichtert. Dann ist die Frage, wie viele Fotos mache ich denn so im Schnitt? Mache ich sehr viele Fotos, dann sollte ich die Struktur vielleicht gar nicht so tief machen. Mache ich weniger Fotos, dann kann die Struktur schon mal was tiefer sein. Was ich gleich mit Tiefe der Struktur meine, wird noch klarer. Dann kann ich mir natürlich überlegen, wie baue ich diese Struktur auf? Gehe ich nach Themen oder Genre, Personen, Orte? Da sollte ich nur ein, zwei Sachen beachten, wenn ich meine Fotoorganisation auf der Festplatte nach Thema, Genre, Person etc. verfolge. Wo werde ich denn wohl ein Bild dann ablegen, wenn dieses Bild mehrere Themen, Genre betrifft oder wenn mehrere Personen dort enthalten sind? Also wenn ich Porträts mache von Paaren und ich möchte aber auch einzeln, trenne ich die dann? Ist also so fraglich, sollte man überlegen, ob es Sinn macht, nach einem Thema, Genre oder Person, Bilder auf einer Festplatte abzulegen. Klar ist, dass das für uns, wenn wir das tun würden, natürlich sehr einfach ist, Bilder wiederzufinden. Und wenn ich Orte habe, was ist, wenn dort unterschiedliche Bilder entstehen? Porträts, Makros oder so, die ich in einem Studio mache. Oder Bilder in einem Studio. Also da tue ich mich sehr schwer. Dennoch lasse ich jetzt, sage ich jetzt nicht, Themen sollte man auf jeden Fall verbannen. Ich sage nur, als Hauptkriterium für Ordner, fragwürdig. Die datierte Struktur, die ist in meinem Dafürhalten die sinnvollste und einfachste. Denn wenn wir Ordner mit einem Datum versehen, dann können wir sortieren. Und zwar chronologisch, aufsteigend oder absteigend. Damit das allerdings passiert, müssen wir natürlich einem besonderen Schema folgen. Und zwar auch erst einmal für Monate, Tage und Jahre immer Zahlen verwenden. Also nicht Montag, Dienstag oder Mai, Juni, Juli, sondern nur Zahlen. Wir haben also einen Hauptordner. So wie ich es eben vorgeschlagen habe. Das heißt, dort kommen dann unsere Fotos rein. Nein, nicht ganz, weil wir haben ja eine Ordnerstruktur. Das heißt, nicht nur der Hauptordner, sondern dann die nächste Überlegung wäre, habe ich berufliche und geschäftliche Fotos oder habe ich nur private oder nur geschäftliche? Dann, wenn ich beides habe, sollte ich vielleicht überlegen, zwei Strukturen aufzubauen unterhalb des Hauptordners und dort dann privat einen Ordner anzulegen, einen geschäftlichen Ordner. Und dann das, was ich jetzt vorstelle eventuell. Auch hier, was ich vorschlage, ist halt kein Muss und ist auch nicht richtig und ist aber auch nicht falsch. Es ist halt nur für mich zumindest sehr zweckführend. Ich schlage vor, fangt mit einem Jahr an. Darunter halt ein Monat und dann vielleicht das Thema. Wenn ihr viele Fotos macht, wenn ihr weniger Fotos macht, dann könntet ihr auch vielleicht sagen, ja, Monat, Tag und dann das Thema. Wo ich allerdings noch mehr zugehe, weil ich muss ja jedes Mal klicken, um in einen Ordner reinzukommen. Deshalb ist meine Alternative einfach, das Jahr, Monat, Tag zu nehmen, einen Unterstrich zu setzen und dann das Thema als Einordner. Und wenn ein Datum oder eine Reise oder ein Thema über mehrere Tage hinweg geht, dann kann ich hingehen auch und sagen, zum Beispiel 2015, 09 steht hier halt für den September, 25. September bis zum 17. Oktober. Da ist eine Null zu viel. Das hat aber auch keiner in den Chat reingeschrieben. Ja, die Beispiele kommen jetzt gleich. So, das erste Beispiel ist halt, dass der Ordner oder dass ein Ordnername nicht hier in einer Struktur liegen kann. Er kann auch flach sein, ein Ordner, wie gesagt, mit diesem Namen hier. Dann könnten wir überlegen, ob wir nicht Mischformen machen. Genauso wie wir oben gesagt haben, wir machen privat, geschäftlich. Ich kann halt Mischformen hingehen und sagen, okay, ich habe einen Hauptordner mit Bildern, also Fotos, Fotografie, Bilder, eigene Bilder. Dann einen Ordner Urlaube und dann fange ich mit Jahren an oder halt, ich sage, wie hier unten schon steht, persönlich versus privat, wie oben, Hochzeiten, Events etc. Dann könnte ich hingehen, wenn ich ein Reisefotograf bin, ich kann anfangen und sagen, okay, Kontinent, Land, Ort und dann je nach Jahren, Monaten, Tag und dann halt dem Schema oben mit erfolgen. Wie gesagt, diese Mischformen sind halt denkbar. Man sollte halt nur möglichst hoch vom Begriff her ansetzen und nicht zu abstrakt werden oder zu tief gehen. Das kann man dann letztendlich dann bei dem Dateinamen nachher noch nachholen, wenn man möchte. Oder Jahr, Urlaubeort und dann das Jahr für Urlaubsfotografie, Hochzeiten, wenn man Hochzeitsfotograf ist oder Eventfotograf, auf große Eventkategorien wie Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, was auch immer, dann nach Jahren chronologisch sortieren. Unter Umständen hat man natürlich dann auch mehrere Hauptordner, nicht nur einen. Dann halt, was ich mache, ist vermehrt meine Originale, Originale, Dateien, Arbeitskopien oder aber auch Dateiformate und Kameras zu trennen. Sprich, ich hätte jetzt Jahr, Monat, Tag oder wie hier oben halt hier in Orangen diese Hauptordner, diese großen Ordner und dann darunter halt RAW, JPEG JPEG und dann Kamera oder umgekehrt Kamera und dann erst JPEG. Das kann ich mir halt überlegen. Und dann habe auch wichtig einen separaten Ordner für Bearbeitungen, weil dann weiß ich, okay, wenn ich eine Datensicherung noch machen muss, die Dateien liegen dann in den Bearbeitungen. Und da kann ich halt auch sagen, okay, Bearbeitungen, HDR oder Panorama, was auch immer. Und dann sieht so eine Struktur letztendlich, wenn ich sie à la Jahr, Monat, Tag durchführe, so aus. Ich habe hier oben meine eigene Bilder. Ich mache jetzt keine Trennung zwischen privat und geschäftlich in diesem Fall, habe meine Jahreszahlen, habe dann von Januar bis Dezember durchnummerierte Ordner. Innerhalb dieser Ordner fange ich dann an mit Tag und Thema. Wie gesagt, das ist eine Struktur, die halt sehr einfach ist, aber sehr in die Tiefe geht. Und mittlerweile, wie gesagt, speichere ich meine Dateien halt nach dem Schema hier ab. Ja, hier nach diesem Schema. Und hier, weil ich sagte, das geht ganz schön in die Tiefe, gibt es nämlich dann nochmal in jedem dieser Tagesordner die Ordner für meine Bearbeitungen, HDR, Panoramas, schwarz-weiß, dann die Original-JPEG-Dateien. Hier bei der Hochzeit hatte ich mehrere Kameras dabei. Und habe gleichzeitig JPEG RAW fotografiert, sodass ich wirklich viele Ordner habe, die zwar für die Struktur gut sind und auch für die Ablage der Bilder sehr dienlich, aber ich müsste halt doch nachher wieder anfangen zu suchen. Und auch bei den Dateinamen, wenn also die Dateinamen angelegt werden, sollten wir wieder darauf achten, dass wir die Standardzeichen verwenden. Also Groß A bis Z, keine Umlaute, kein SZ, keine sonstigen Sonderzeichen, nur Bindestrich, Unterstrich, auch keine Leerzeichen. Hier wird es dann auch nochmal wichtig, dass wir, wie gesagt, eindeutige Namen haben. Das könnte jetzt, wenn man das Ordnerschema, was ich vorher überlegt habe, sprich Hauptordner Fotos, dann das Jahr, dann würde ich Ordner anlegen, halt mit dem Datum und dem Thema. Das wäre in dem Fall ein Ordner 2020. und 503, Wandern Eifel. Darin würden dann solche Dateien wieder zu finden sein. Und wenn ich mit mehreren Kameras arbeite, würde halt, wie hier hinten im Beispiel, nochmal einen Kamerakürzel mit in den Dateinamen reinwandern. Nicht nur, weil das hier Wandern Eifel ist. Die Kamera, wie gesagt, ich habe hinten immer noch den Originaldateinamen aus der Kamera. Aber dadurch, dass ich vorne hält, etwas hinzufüge, vermeide ich, selbst wenn die Kamera wieder bei Bild 0001 ankommen würde, ein Überschreiben meiner Dateien. Selbst bei einer komplett flachen Ordnerstruktur, sprich Einordner, wo Fotos überhaupt reinkommen. Aber dadurch habe ich halt eindeutige Namen. Ich überschreibe nie was, wenn ich irgendwas hinkopiere, weil es immer eindeutige Namen sind. Dann könnte ich überlegen, zu markieren beim Abspeichern meiner Dateien oder umbenennen meiner Dateien, dass bestimmte Dateien zueinander gehören. Stack ist Englisch, heißt Stapel. Das könnte jetzt zum Beispiel HDR-Aufnahmen oder Panorama-Aufnahmen sein, die zueinander gehören. Das hat den charmanten Vorteil, wenn ich mit einem Programm arbeite, die halt HDR-Bilder erstellen, weiß ich immer, welche Bilder zusammengehören, wo Anfang und wo Ende ist. Und wenn ich ein Bild editiert habe, wie gesagt, eindeutige Namen, Versionsnamen, dann bekommt es halt den Zusatz Edit für bearbeitet. Ich kann natürlich auch B-Arp oder was sonst auch immer man vergeben möchte und dann halt eine Versionsnummer hinten anhängen, sodass man auch mehrere Bearbeitungen zulässig abspeichern kann. Wer möchte, kann natürlich auch hingehen und sagen, okay, was ist es denn eigentlich für eine Bearbeitung gewesen? BW für Black-White, Pano, HDR etc. Und da ist es unabhängig, ob ich die Version jetzt vorne oder hinten hinsetze. Es lässt sich halt beides sortieren. Es ist halt die Frage, welche Vorliebe habe ich denn beim Sortieren? Wie finde ich dann meine Fotos wieder, wenn sie auf der Festplatte liegen? Ich kann den Dateibrowser des Betriebssystems nutzen und da kann ich jetzt die Kachelansicht nutzen oder die Rasteransicht. Dann sehe ich kleine Miniaturen und die kann ich in den Betriebssystemen größer und kleiner machen und kann halt dann da durchsortieren. Wenn ich weiß, ungefähr in welchem Jahr und was für ein Thema das war, dann sollte ich das anhand meiner strukturierten Ordnerstruktur jetzt doch zumindest schon mal einkreisen können und dann dort reingehen und halt nach meinen Bildern suchen. Ich habe die Möglichkeit, auch einen Dateibetrachter in Betracht zu ziehen und den zu nutzen. Es gibt sehr schnelle Bildbetrachter, die halt keine großartige Datenbank aufbauen müssen, eventuell halt nur Vorschaubilder noch generieren und die irgendwie im Hintergrund speichern. Aber ansonsten ja, dienen sie einfach nur wie halt der Dateibrowser des Betriebssystems mir halt Bilder anzugucken. Sie sind oft ein bisschen komfortabler noch, deshalb nenne ich sie hier. Da ist zum Beispiel XenView MP. MP steht für Multiplattform, das heißt, es gibt es für alle Betriebssysteme. Adobe Bridge ist ein auch kostenloses Programm. Man soll es nicht für möglich halten, aber das kann man selbst kostenlos nutzen. Und dann gibt es spezielle Bildbetrachter, die aber dann für die jeweiligen Datei- oder beziehungsweise Betriebssysteme geschrieben worden sind oder Formatspezifisch für Kameras. Unterstützen meistens mehrere Kameras, aber es gibt zum Beispiel einen Browser, der kann halt bestimmte RAW-Formate, die halt Apple immer noch nicht unterstützt, aber dieser Betrachter kann halt diese Bilder lesen und ermöglicht mir dann halt doch die Bilder ohne ein anderes Programm auf dem Ordnersystem meiner Festplatte oder meines NAS halt wiederzufinden und zu betrachten, ohne wie gesagt ein besonderes Programm zu haben. Dann bieten sich natürlich die betriebssystem mäßigen Betrachter an, die allerdings nicht nur Betrachter sind, sondern natürlich auch schon kleinere Bearbeitungsschritte zulassen, Bilder drehen und so weiter und so fort und Ausschnitte machen, was weiß ich nicht, aber darum geht es ja heute gar nicht. Das Fotos von Mac hat allerdings den Nachteil, dass wir die Festplatte wieder verlassen, weil wenn wir die Bilder in das Foto, in Fotos reinziehen, dann werden sie in die Cloud, wenn man es so eingestellt hat, wieder synchronisiert und man verliert die Ordnerstruktur. Das ist also eine eigene Datenbank abgeschottete Welt, deshalb würde ich da eventuell gar nicht erst Fotos nutzen. Die Fotos App von Windows 10 kenne ich leider nicht. Ich habe nur gesehen, dass es halt sowas gibt. Es gibt mit Sicherheit auch für Linux entsprechend ein Programm. Dann kommen wir zu den sogenannten Digital Asset Management Programmen. Das sind Bildverarbeitungs- und Verwaltungsprogramme, die zum Teil nur für die Organisation da sind, zum Teil aber auch schon, um Bildbearbeitung zu tätigen. Exire Photo ist ein Programm rein Dateiverwaltung. Dann gibt es Lightroom, ganz klar, hat eine Dateiverwaltung und aber auch Bearbeitung. Adobe Elements Organizer kommt mit Adobe Elements Photoshop her und Darktable ist ein Open Source Projekt, das an Lightroom an beziehungsweise nicht an Lightroom angelehnt, aber ähnlich wie Lightroom aufgebaut ist und deshalb auch für viele sehr einfach ist, dort einzusteigen und sich wieder zu finden. Dann, bevor ich weiter meinen Workflow vorstelle, noch kurz zur Datensicherung meine sechs Ws. Was sollte ich denn Datensichern? Na klar, meine Originalfotos, wer hat Filialdateien, das sind halt metabasierte Begleitdateien, darin stehen halt alle aufnahmerelevanten Dinge beziehungsweise Stichworte etc., Bewertungen, wenn man möchte, Geodaten, Aufnahmedaten, die natürlich auch als Exif vorliegen, aber man kann diese Exif-Daten und IPTC-Daten auch in eine Filial- oder Sidecar-Datei ablegen und die ist dann meist eine XMP-Datei. Dann natürlich meine bearbeiteten Fotos, GPS-Tracks, das heißt, ich habe ein GPS-Gerät immer bei mir, das die Route, die ich gehe oder dort, wo ich fotografiere, immer mitläuft und halt einen Zeitstempel und Geodaten hinterlässt. Dann habe ich Moment, dann habe ich halt noch Videos, die ich mache und ich muss die Datenbank meines Damm-Programms, sprich Lightroom oder Exire halt auch noch sichern, damit ich die Arbeit, die ich in die Verschlagwortung stecke, halt nicht verliere. Das nächste W ist das, wo speichere ich meine Daten denn hin beziehungsweise meine Datensicherung. Hier kommt es auf das Medium an. Ich könnte jetzt hingehen und meine Bilder auf Blu-Rays, DVDs auf andere Festplatten speichern oder in die Cloud nochmal zusätzlich sichern auf ein Tape oder setze ich mehrere File-Server ein. Was ich beachten sollte, ist die Größenbeschränkung. Das heißt, wenn ich auf DVD oder Blu-Ray speichere, dann ist das vielleicht gar nicht mal so sinnvoll, weil ich dann einen Schrank voll DVDs und Blu-Rays habe, weil da nicht so viele Bilder drauf gehen, wie ich fotografiere. Aber auch da kommt es darauf an, wie viele Fotos mache ich im Jahr oder wie viele Fotos mache ich, wie viele Sessions muss ich machen, bis ich eine Blu-Ray voll kriege, beziehungsweise es könnte sein, dass ich pro Session schon alleine mehrere Blu-Rays abspeichern müsste. Wäre zu überlegen, ob man da nicht eine andere externe Festplatte oder SSD hernimmt und dort drauf speichert. Die Frage ist auch, wie lange werden diese Medien eventuell unterstützt? Also ich weiß gar nicht, ob es noch viele gibt, die Tapes kennen, ist auch eine Speicherlösung, die heutzutage noch gemacht wird, aber eher doch in großen Datenzentern mit riesigen Tapes und das ist auch relativ teuer für den Privatbrauch. Meine Empfehlung sind halt externe Festplatten. Ups, Entschuldigung. Wie? Also ich kann manuell kopieren. Natürlich immer mit den Wortmitteln der des Betriebssystems. Das heißt, ich müsste den Filebrowser, den Explorer nehmen und halt händisch hin und her kopieren beziehungsweise Ordner anfassen, rüber kopieren auf die andere Festplatte. Dort sollte dann gespiegelt die Gleichstruktur natürlich liegen. liegen oder aber wenn ich den Import von einem Damm nutze, dann kann ich unter Umständen direkt auf mehrere Datenträger kopieren in einem Vorgang. Das heißt, auch beim Importprogramm von Canon ist es so, dass ich dort einen zweiten Datenträger noch angeben kann. Das heißt, von der Speicherkarte über den Computer auf die interne Festplatte zusätzlich noch auf eine externe Festplatte kopieren. Diese datierte Ordnungsstruktur hilft mir halt dabei noch festzuhalten, welche muss ich denn noch sichern von meinen Daten. Wenn ich mir einen Zettel mache auf die externe Festplatte klebe und sage so, bis zum 12. Juli habe ich alles aufgenommen oder alle Daten sind gesichert, dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, ich muss ab dem 13. anfangen zu sichern und alles bis heute. Automatisiert per Software ist natürlich die simpelste und einfachste Lösung, weil die Automation oder Software normalerweise nachhält, was ist schon gesichert, sie kann Vergleiche anführen und wenn halt das Medium den Speicher Ende erreicht hat, zum Beispiel wenn ich auf Blu-rays oder DVDs kopiere, dann weiß diese Software oft, ich muss halt so und so viele DVDs bereithalten und sie kann halt dann halt die Datensicherung auf mehrere Datenträger auch aufsplitten und es ist natürlich einfacher die Sicherung zu machen, weil ich dann beim nächsten Mal immer nur hingehen muss und sage so neue Sicherung die Software weiß, was war gesichert, wo muss ich weitermachen und auch bei der Wiederherstellung hilft die Software oft halt die Dateien wiederzufinden. Wie viele Datensicherungen sollte ich machen? Naja, mindestens mehrere Backups, das heißt zur Erhöhung der Ausfallsicherheit und zur Lagerung an verschiedenen Orten. Das heißt, wenn ich einmal eine zweite Festplatte, externe Festplatte habe, dann mache ich von der bitte schön bitte nochmal eine Kopie und die lege ich an einem anderen Ort. Das heißt, wenn es hier mal brennen sollte, habe ich an einem anderen Ort, in der Hoffnung, dass es nicht dort auch gleichzeitig brennt, aber habe dort nochmal meine kompletten Daten gesichert. Da kann also nichts passieren. Und wann mache ich Datensicherung? Naja, regelmäßig. Meist nach jedem Shooting auf jeden Fall. Insbesondere, wenn ich eine größere Session an Bearbeitungen durchgeführt habe und dann halt, wenn ich die Filial-Dateien, sprich, wenn ich Verschlagwortungen verändert habe und wenn ich generell irgendwas getan habe mit meiner Datenbank- Software, also Lightroom oder Exire etc., dann nochmal eine Datensicherung gucken, dass die Daten auch aktuell sind. Denn wenn ich die Mühe mir mache und mich dazu aufraffe, wirklich am Ball zu bleiben, dann möchte ich doch nicht wieder irgendwann mal von Null anfangen. Und deshalb ist eine Datensicherung halt sehr, sehr wichtig. Und das letzte W ist die Wiederherstellungsprüfung. Das heißt, es nutzt mir nichts, wenn ich eine Datensicherung mache, im Glauben, das ist jetzt alles gedatensichert und ich bin sicher. Die Frage ist, lässt sich das Medium denn überhaupt noch lesen? Kann ich von dort aus wieder eine Kopie erstellen zurück auf meinen Computer oder auf eine andere Festplatte etc.? Denn irgendwann muss ich vielleicht auch umkopieren, weil die Festplatte zu klein geworden ist, oder das lasse ich lieber ganz und nehme einfach neue Festplatten dazu, aber dann muss ich die alten auch ab und zu mal testen, ob die denn überhaupt noch laufen und ich darauf zugreifen kann. Also, ein Digital Asset Management, meine Fotoverwaltung oder Katalogisierung außerhalb der Ordnerstruktur, das heißt, all das, was wir jetzt besprochen hatten, ist etwas, was wir auf jeden Fall tun müssen. Ich empfehle allerdings, unabhängig von der Ordnerstruktur und der Dateinamen, die wir vergeben oder haben, eine Fotoverwaltungssoftware oder Katalogisierungssoftware noch zu benutzen, weil sie macht viele Dinge umso vieles einfacher. Ich kann nicht eigentlich wieder loslösen von der Ordnerstruktur oder von Dateinamen, solange ich sicherstelle, dass diese Ordner einmalig vorkommen und innerhalb dieser Ordner keine Dubletten passieren, weil passieren diese Dubletten nicht, ich überschreibe halt einfach wieder Dateien, aber wir sollten dann innerhalb eines Ordners darauf achten, dass dort die Dateinamen wieder eindeutig sind, aber egal, wie die Ordnerstruktur ist, Egal, wie die Dateinamen sind, dieses Digital Assessment kümmert sich nämlich nicht um diese Daten oder Namen, sondern hier geht es um ganz andere Punkte, wie wir Fotos wiederfinden können. Und das ist halt im Grunde genommen das, was ich auf jeden Fall empfehle oder jedem wärmstens empfehlen kann, sich sowas einmal anzuschauen, ob das nicht etwas für jemanden ist, um die Dateien und die Fotos wieder zu finden. Und wie komfortabel sowas ist, zeige ich jetzt gleich gerne im Anschluss. Allerdings müssen wir darauf achten, die Datenbank muss separat gesichert werden, das hatte ich gerade schon gesagt. Wir können innerhalb dieser Fotoverwaltung Gruppierungen von Bildern unabhängig von den Ordnern, dort, wo die Ordner liegen, das heißt ordnerübergreifend können wir Gruppierungen und Sammlungs- welche Software wir einsetzen, heißt es mal Gruppierungen, heißt es mal Sammlungssätze, genauso kann man innerhalb dieser Gruppierungen oder Sammlungssätze sogenannte Sammlungen und Alben wieder anlegen, das heißt, man kann auch da, wenn man möchte, strukturiert arbeiten. Wir können automatisch Stapel erstellen lassen, diese Stacks, die werden als kleine Gruppen oder Stapel angezeigt und da kann man ähnliche Fotos aus einem Shooting vielleicht in einen Stapel packen oder aber auch Panoramensätze, also ein Panorama oder eine HDR Stapel ganz einfach halt als Einbild darstellen und dann klickt man drauf und dann geht es auf und dann hat man halt die dazugehörigen im Stapel befindlichen Bilder. Toll ist es, dass wir Schlüssel oder Stichwörter, also eine Verschlagwortung vornehmen können in so einem System. Das geht übrigens auch mit Adobe Bridge, so viel ich weiß oder Kategorien in XMVue MP, also diese Datei, Bildbetrachter machen auch schon so was. Aber hier ist halt ein größeres System vorhanden mit der Fotoverwaltung und diese Schlüsselwörter, da gibt es schon System Schlüsselwörter oder Stichworte und dann gibt es halt benutzerdefinierte Schlüsselwörter, die man nutzen kann. Und das Nächste, was eine Fotoverwaltung bietet, aber auch Bridge oder XMVue etc., dass man Bewertungen wie Sterne, Farb, Kodierungen hinterlegen kann, ein Bild anwählen, das ist meistens mit einer Fahne, der Fall ausgewählt, abgewählt, nicht gewählt und dass diese Digital Assessed Management Programme verwertbare Zusatzinformationen aus den Metadaten ziehen. Das heißt, für uns lesbar und erkennbar halt anzeigen, wann ist das aufgenommen worden, mit welcher Kamera, welche Datei, welche Dateiname das Originalbild hat, dann mit welchen Parametern, Blende, Zeit etc., welchen Programm, welcher Weisabgleich, all diese Daten stehen zur Verfügung direkt lesbar, ohne Zusatz oder aber auch die Geocodes und Geotechs sind für uns lesbar. Dann können wir innerhalb dieses Digital Assess Managements auch nach diesen Schlüsselworten suchen. Wir können aber auch diese Gesichtserkennung, Personenerkennung laufen lassen und nach bestimmten Personen suchen. Wer nicht hat schon mal in der Verlegenheit gestanden, für einen 80. Geburtstag Bilder einer Person zu suchen oder suchen zu müssen, so ein Digital Assess Management Programm kann das ganz leicht tun für uns. Wir müssen es natürlich pflegen. Die Metadaten danach können wir suchen. Also zeig mir alle Bilder der 5D Mark 4 oder hier hast du ein Foto such mir mal bitte die ähnlichen Fotos raus. Das können jetzt Fotos von einem Leuchtturm sein, dann würde ich alle Leuchtturm Fotos plötzlich wieder bekommen. Oder ich suche nach Orten. Ich sage hier, ich möchte gerne Bilder, die an diesem Ort von mir gemacht worden sind und dann im Umkreis, welche Fotos gibt es da noch von mir. Ich habe natürlich den Mehraufwand, dass ich diese Daten zum Teil selbst pflegen muss und das heißt, es ist ein Zeitaufwand für Datenpflege und ich muss natürlich darauf achten, wenn ich jetzt auf externen Dateiträgern etwas habe, dann könnte eine Datei als offline oder als online markiert werden, sodass ich die Datenträger im Zugriff haben müsste, falls ich damit etwas noch machen möchte. Es könnte passieren, dass wenn ich meinem Schema untreu geworden bin oder Dateien außerhalb des DEM, also Digital Assessment kopiert habe, dass ich verwaiste Dateien habe, also das heißt, die Dateien sind nicht mehr am Ort, wo sie einmal waren, dann muss ich eine Neuzuordnung oder Neueinlesung dieser Dateien vornehmen. Ich brauche natürlich zusätzlichen Speicherplatz, je nachdem, wie groß ich Vorschaubilder berechnen lasse und und und. Großes Problem oder Nachteil ist, wenn man keine Datensicherung von diesem Digital Assessment hat. Das heißt, wichtig, die Datenbank dahinter zu sichern und auch da wieder die Rückspielung einmal durchspielen oder ausprobieren. und das Problem könnte sein, wenn ich einen System Wechsel mache. Nun, wenn wir uns mittlerweile zwischen einem Mac und einem Windows Rechner entscheiden, dann sollte dieser System Wechsel kein Problem sein, aber nutze ich dann zum Beispiel irgendwann mal Chrome OS oder Linux gar, dann könnte es sein, dass es halt dieses Digital Assess Management Programm nicht gibt. Da ist dann die Empfehlung, diese XMP Dateien schreiben zu lassen, diese Filial Dateien, die ich eben angesprochen habe, weil die kann ich wiederum mit einem anderen Programm, mit einem anderen Digital Assess Management wieder einlesen und wieder verwenden. So, kommen wir jetzt zur letzten Folie und ich gucke mal gerade nochmal in den Chat, ob es da etwas gab. Gut, soweit noch nicht. Ja, wie sieht denn mein Workflow aus? Klar, ich fotografiere. Nach dem Fotografieren oder während des Fotografierens vielmehr, mache ich ein Foto von meinem GPS-Gerät. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Da habe ich auf jeden Fall sekundengenaue Zeit und Datum drin und das mache ich pro Kamera. Hintergrund ist das, ich habe mittlerweile Kameras, die haben intern ein GPS, da verlasse ich mich allerdings nicht drauf, sondern ich habe ja eh mein Wander-GPS, mit dem ich losziehe und da mache ich halt mein Bild von. Das heißt, ich habe egal, ob ich vergesse, in meiner Kamera nachher, das Datum zu aktualisieren, gerade so um Winterzeit, Sommerzeit oder ich fliege mal nach London, eine Stunde Zeitverschiebung, habe es vergessen. Wenn ich das vergessen habe oder selbst innerhalb von einem Tag Tag oder zwei, da kann die Systemuhr der Kamera schon mal ganz anders gehen als mein GPS. Ich habe also ein GPS-Gerät mit Referenz und jede Kamera, mit der ich Fotos mache oder auch mit der ich Videos mache, da wird halt der Zeitstempel einmal abfotografiert und das ist ja egal, es muss nicht zur gleichen Zeit sein, es muss nur immer wieder das gleiche GPS-Gerät sein und halt mit jeder Kamera einmal ein Bild davon gemacht zu haben. Dann habe ich alle Kameras nachher, wenn ich meine Zuordnung gemacht habe zum GPS, habe ich alle Bilder in chronologischer Reihenfolge zum Zeitstempel. Ist ja also egal, mit welcher Kamera ich wann ein Foto mache, ich weiß genau, das Foto ist zuerst gemacht worden mit der Kamera, dann war die Kamera dran, war jenes dran, also sehr charmant. Dann bin ich in der Tat, gehe ich hin und kopiere die Fotos mit Bordmitteln. Das mache ich im Fall jetzt hier mit meinem Mac Rechnern und meinem MacBook über Forklift, das ist sowas wie der Norton Commander, wer den noch kennen sollte. Ähnliche Programme gibt es halt in Windows und Linux auf jeden Fall. Und ich nutze einen Kartenleser, das heißt, ich hole die Karte raus aus der Kamera, weil die Kamera selbst kann ich zwar auch anschließen, aber es dauert mir zu lange. Also die normale Kartenleser. Und dann erstmal lokal auf die interne Festplatte in einem Zwischenordner. Das ist auch noch nicht der finale Ordner. Denn ich nutze Usta Geo oder alternativ kommen auch Lightroom oder für Windows Geosetter, Gpixing, Geofoto, Any Geotagger. Nutzen, um halt jetzt vom GPS die Koordinaten zu übertragen mit dem Zeitstempel auf das Foto, das jeweilige Foto. Wie gesagt, dazu nutze ich Usta Geo. In Usta Geo kann ich die Zeitzonen Anpassung machen. Das heißt, ich muss halt mal schauen, welche Zeit hatte das GPS. Eventuell stimmen da die Zeitzonen nicht, das findet man aber dann sehr schnell raus und dann kann man die Zeitzone anpassen. Das heißt, man kann dem Programm sagen, du, alle Fotos, die du vorfindest, sind minus eine Stunde oder plus eine Stunde, je nachdem, ob man nach Ost oder West reist und hier sind die GPS-Daten und dann kann man los matchen und das Programm übernimmt die im Foto. Da das Dateidatum sich dort auch ändert oder ich die Fotos umbenennen möchte, brauche ich noch zwei Dinge. Einmal das Foto selbst umbenennen nach dem Schema, das ich eben vorgestellt habe eventuell. Da nutze ich dann A Better Finder Rename für Mac. Alternativ Bulk Rename Utility aus England für den PC und in Irrfan View ein kostenloses Programm geht das wohl auch. Dann habe ich aber selbst wenn ich die Umbenennung der Fotos mache, dann habe ich immer den jetzigen Zeitstempel. Das heißt, ich muss das Dateidatum nicht, aber ich persönlich möchte gerne das korrekte Datum der Datei wieder herausholen und das ist das aus dem Exif Tools und da oder aus dem Exif Daten und als Alternative zu Attributes was ja oder Mac ist Exif Tools da gibt es auch Benutzeroberflächen zu für Windows und auch für Linux oder halt Irrfan View das kann ich halt hier auch machen ich kann gerne auch wer möchte nachher noch die Links zu den Programmen teilen und dann erst kommen die Dateien auf den finalen Speicherort das ist hier zu Hause natürlich der NAS Server wenn ich den natürlich nicht dabei habe sind es erst einmal der Fotos Ordner auf dem MacBook dann halt als mit Backup Software oder aber auch händisch je nachdem mit Forklift oder Bordmitteln auf zwei externe Festplatten die ich mitnehme und heutzutage kann man so eine externe Festplatte ja hier in die Brusttasche oder ins Handtäsch in der mitreisenden Frau oder des Kollegen oder in den Fotorucksack und das andere in den Koffer tun sodass man die auch hier wieder getrennt hat andere Taschen etc. weil es was sein sollte mit dem Gepäck wird halt ein Backup gemacht und wie gesagt ich speichere hier auf NAS mein NAS hat eine Software laufen die halt tonusmäßig die Backup Software startet und es wird auf zwei externe Festplatten von dem NAS herunter kopiert einmal in einen Master und einmal in eine zweite Kopie die Kopie Festplatte die nehme ich von Zeit zu Zeit raus nehme sie an den Ort wo ich meine externe Festplatte hinterlege nehme dort die andere wieder mit und mache halt hier die zweite Kopie fertig sodass ich immer extern auf jeden Fall eine habe und während ich hier zwei Festplatten habe ist trotzdem extern noch die dritte so ist meine Backup Strategie und wie gesagt ich muss immer schauen dass die externen Festplatten auch laufen und eine Rückspielung möglich ist und dann wenn sie auf dem finalen Speicherort liegt die Datei das Bild dann wird es erst in Exire eingelesen oder in Lightroom dann lösche ich aus Exire oder Lightroom wieder die Fotos und da kann ich auch sagen ob halt auf dem NAS oder auf der externen Festplatte das Foto auch gelöscht werden soll aber vorsichtig halt dass man halt nicht zu viel löscht löschen meine ich jetzt Werten Verschlagworten Bild optimieren bearbeiten exportieren und gerade wie gesagt wenn ich optimiert habe bearbeitet habe muss ich die Fotos eventuell wieder neu einlesen aber nur noch die Differenz das heißt die Bearbeiteten die Verschlagworteten und dann sind sie wieder in meinem Damm also meinem Exire oder Lightroom wieder drin ja und wie gesagt Backup läuft automatisiert bis auf den Plattentausch muss ich immer noch machen also die Platten hin und her stecken und rausnehmen und auch in dem externen Platz legen so wir haben ein bisschen überzogen es tut mir leid ich hoffe es war trotzdem kurzweilig verständlich wie gesagt jetzt kommen wir in die Fragerunde jetzt hier noch einmal für die die durchgehalten haben die die sich Exire anschauen wollen und ich kann gerne jetzt gleich Exire auch noch kurz vorstellen das ist wie gesagt ein Verwaltungsprogramm das Hand in Hand mit Lightroom geht als Exire Search 2 oder als eigenständiges Programm die die nicht mit Lightroom arbeiten wollen die können halt Exire Photo als eigenständiges Programm nutzen und einsetzen ansonsten gibt es das halt auch als Bundle und als Bundle kostet glaube ich um die 90 99 Euro mit Sensorgrafie 10 als Gutscheincode eingeben erhält man 10% Ermäßigung Junkar Junkar